Thomas Konietzschne Grüß Gott, meine Damen und Herren, ich heiße Thomas Konietzschne, bin ein Opernsänger, der seit Jahren für Sie an der Wiener Staatsoper singt. Ich befinde mich hier in dem Bösendorfer Salon Musikverein Wien. Wie Sie sehen, es ist ein Klavier, ein Flügel mit speziellen Ausfertigungen, mit Thema Sezession. Wunderschön, wirklich mit Farben, mit Goldblättern ausgestattet, fantastisch. Aber es geht bei Bösendorfer nicht nur ums Aussehen, das ist ja wunderschön, sondern es geht um den Klang. Und da sind wir mit dem Pianisten Lechner Pirauer, mit dem ich seit Jahren auftrete, von dem Klang von Bösendorfer sehr begeistert. Wir mögen es sehr, wenn uns von verschiedenen Veranstaltern Bösendorfer Klaviere, Flüge bereitgestellt werden. Und wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir ab Sommer 2021 vermutlich einen Mini-Festival, Kammermusikfestival in Wiener Neustadt, wo Bösendorfer hergestellt wird, veranstalten werden. Das wird am Ende August, beziehungsweise Anfang September stattfinden. Wir hoffen sehr, dass Bösendorfer uns großzügig Flüge zur Verfügung stellt. Und dieses Festival wird im Neukloster Wiener Neustadt stattfinden, im Kreuzgang, also Open Air, was in unseren Zeiten sehr praktisch ist, stattfinden. Wir laden Sie herzlich ein und wir möchten mit Ihnen unsere Begeisterung für Bösendorfer teilen. Danke.